Knipex. Knipex, wisst ihr, machen, zangen. Und wir haben schon oft Knipex-Produkte auch verlost. Kollegen von Knipex bringen da so viel Knopfhoff rein. Folge Knipex Werkstatt TV. Mein Name ist Marius Schneider und ich bin einer der Produktmanager hier bei Knipex in Wuppertal. Hallo, mein Name ist Uwe Schwierzke vom Knipex Produktmanagement. Ich bin heute hier, um Ihnen die Welt der Knipex Seitenschneider ein wenig näher zu bringen. Das Knipex Seitenschneider-Sortiment untergliedert sich in sechs Teilbereiche. Guten Tag, mein Name ist Jürgen Steinauer und als Produktmanager im Hause Knipex möchte ich Ihnen heute unsere neue Quick-Set. Herzlich willkommen zum Knipex Werkstatt TV. Bei uns geht es heute um den Knipex Zangenschlüssel. Guten Tag, in der Knipex Werkstatt geht es heute um die Knipex Cobras. Knipex. K-N-I-P-X. Knipex.